Herzlich willkommen beim zweiten Teil der Reihe Astrologie und Partnerschaft. Und wir haben uns ja schon letzte Woche mit dem Mond beschäftigt, deinem Gefühl, deinem Gefühlsausdruck, der bei der Partnerschaftsanalyse, bei der Synastrie ganz, ganz wichtig ist. Und wir werden heute noch einmal ein bisschen auf den Mond eingehen, und zwar den Mond in den Zeichen. Und da ist garantiert auch für dich was dabei, dass du mal schaust, okay, wie fühlt sich denn mein Mond wohl? In welcher Energie fühlt sich denn mein Mond besonders geborgen oder aufgehoben? Und da schauen wir heute natürlich rein. Und das sagt natürlich ganz viel über deinen Charakter aus, weil dein Empfinden, also was du jetzt als heimelig, als geborgen empfindest, wo du dich gut aufgehoben fühlst, ist natürlich für die Partnerschaft wichtig, aber auch dafür wichtig, wie du deine Lebensumstände gestaltest. Und wenn du noch genauer reinschauen willst bei dir und deinem Partner oder deiner Partnerschaft, dann kann ich dir jetzt noch als Aktion die Partnerschaftsanalyse, die astrologische Partnerschaftsanalyse ans Herz legen um nur 35 Euro. Ist hier zu bestellen, also einfach unten in der Beschreibung stehen die Details. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den Mond an. Bei der Partnerschaftsanalyse, beim Partnerschaftshoroskop geht es ja um die unter Anführungszeichen persönlichen Planeten, um den Mond, um die Sonne, um die Merkur, um die Venus, um den Mars. Das sind so diese persönlichen Planeten im Gegensatz zu den Transaturnien, den sogenannten Schicksalsplaneten. Und da haben wir den Jupiter, den Saturn, den Pluto und den Uranus dabei, die ja länger brauchen und deshalb eher so, also längere Zyklen bestimmen. Also die sind jetzt nicht so, die sagen noch nicht so viel über dich individuell aus, außer sie bilden zu deinen persönlichen Planeten gewisse Konstellationen. Aber beim Partnerschaftshoroskop schaust du natürlich deine persönlichen Planeten an. Und wir sind jetzt noch beim Mond, beim Empfinden. Und jetzt schauen wir uns einfach mal so den Mond in den Zeichen an. Und wir gehen den Tierkreis mal durch und wir beginnen beim Widder. Also die rote Eins ist da so, ist so quasi der Widder. Da beginnt ja der astrologische Tierkreis. Da beginnt ja auch das astrologische neue Jahr, so Ende März, also 20.21. März. Und Widder ist ja die aktive Energie, ist ja diese Energie, ich will. Ich will etwas machen, ich will vielleicht Bewegung, ich will mich durchsetzen. Da fühlt sich der Mond dann wohl. Also wenn du einen Widder-Mond hast, also Mond in Widder. Man muss dann immer die Häuserposition noch anschauen, wo das dann gelebt wird. Aber wenn du Mond im Widder stehen hast, dann wirst du Geborgenheit erleben, wenn jemand aktiv ist, mit dir Aktivitäten macht. Wenn jemand dich zu sportlichen Dingen einlädt oder motiviert. Also das ist da, denke ich, ein ganz, ganz guter Punkt. Da fühlst du dich dann einfach wohl. Also in der Bewegung wohlfühlen, in der Aktion wohlfühlen. Wenn du deinen Mond im Stier hast, dann geht es sicher um das Heim, um die Grenzen. Auch vielleicht um eine gewisse Abgrenzung. Vielleicht auch eine Vermögensteilung in der Partnerschaft, wo das ganz klar geregelt ist. Da fühlst du dich vielleicht auch wohl, wenn man sagt, man baut ein Heim, man schafft sich etwas. Also man wird sesshaft. Man ist nicht allzu aufgeregt. Der Stier wäre auch so das Zeichen der volkstümlichen Musik und der Hausmusik, wo man vielleicht gemeinsam musiziert. Also das wäre so eine Stierenergie. Da würdest du dich wohlfühlen oder gut abgeholt fühlen. Wenn der Mond im Zwilling steht, dann geht es um den Austausch, um die Kommunikation. Das heißt, du fühlst dich wohl, wenn du mit deinem Partner denken kannst, also Gedanken austauschen kannst und kommunizieren kannst. Dann ist dir das sicher wichtig. Also da wird eben so dieses Gefühl, dieses Heimatgefühl ganz stark auch über die Kommunikation mit ausgedrückt und auch gestärkt. Und naja, mit Mond im Krebs im nächsten Zeichen, da ist ja der Mond dann quasi in seinem Heimzeichen, das verstärkt alles noch einmal. Also dieser Wunsch nach Geborgenheit, nach Familie. Da ist man vielleicht auch so ein bisschen noch im inneren Kind drinnen. Das heißt, man möchte ein bisschen an der Hand genommen werden, ein bisschen verwöhnt werden auch. So ein bisschen kindlich. Also da ist so der Mond so, ja, auf jeden Fall sehr gefühlsbetont und da will man auf jeden Fall viel Beachtung und richtig wahrgenommen werden auch, denke ich. Obwohl man sich selber oft einmal zurückzieht, auch in die Gefühle. Aber da brauchst du jemanden, denke ich, der dich bei der Hand nimmt, nicht bestimmend, sondern sehr verständnisvoll, liebevoll. Ja, Mond im Löwen, da fühlst du dich auf jeden Fall mal wohl, wenn du auch bestimmend sein kannst. Also wenn du auch so das Gefühl hast, so ich habe da was zu sagen oder ich bin das Zentrum zum Beispiel im eigenen Haus, in der Familie, da bin ich wichtig. Oder da kann auch ich den Ton angeben. Ich denke, da fühlt sich so ein Löwe im Mond mal ganz gut. Da geht es ja um diesen Selbstausdruck auch und auch, wenn man quasi über die Gefühle auch dann da reden kann und da hört dann auch einer zu. Also das, denke ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Bei Mond im Jungfrau fühlt man sich halt wohl, wenn man Pläne schmieden kann, wenn man praktisch veranlagt ist, wo dann auch nicht viel verschwendet wird, wo man vielleicht nachhaltig auch lebt, wo man einen Partner hat, der auch dem Nachhaltigkeit wichtig ist. Vielleicht auch so gewisses, so ein biologischer Zugang zu Nahrungsmitteln, wo man nicht jetzt, wo es nicht darum geht, da in Saus und Braus zu leben, sondern wo es einfach wirklich auch so ist, wo man sagt, ja, man teilt sich was ein, man ist vernünftig, man schaut in die Zukunft, man spart vielleicht auch, man haushaltet geschickt. Also da fühlt sich sicher dann der Jungfrauenmond sehr, sehr wohl damit. Mit einem Vagemond geht es natürlich ganz stark um diese Ich-und-Du-Beziehung. Also der Vagemond fühlt sich in der Partnerschaft wohl, dem ist auch so Partnerschaft ganz, ganz wichtig. Und da hat sicher die Partnerschaft eine ganz, ganz hohe Rolle. Man kann auch sagen, okay, da geht es um eine gewisse Ästhetik. Also da hat man vielleicht auch jemand, der etwas gerne darstellt, einen Partner oder jemand, der attraktiv ist. Aber da ist es dir sicher wichtig, ja, also dass Partnerschaft ganz hoch oben in deinem Ranking ist. Also so mit Workaholics würdest du da wahrscheinlich nicht glücklich werden. Mit Mond im Skorpion, da geht es um die tiefen Gefühle, da geht es um die Leidenschaften, um das Begehren, um das Intensive, also das intensive Zusammensein, aber auch das intensive womöglich wieder Auseinandersein, diese Auseinandersetzung, diese, so eine Dynamik, das ist so eine, so eine Anziehung und Abstoßdynamik. Und da fühlt sich dann der Skorpionmond natürlich sehr wohl, auch wenn er sich erotisch wahrgenommen fühlt. Also das ist da schon ein wichtiges Thema vom Skorpionmond. Mond im Schütze fühlt sich natürlich wohl mit einer optimistischen, freundlichen Art und natürlich auch auf den weiten Reisen. Also mit einem Schütze-Mond kannst du dich auf, fühlst du dich wohl, wenn du auch auf Reisen gehen kannst. Wenn du da in der Partnerschaft auch jemanden hast, der dich da begleiten kann, da fühlst du dich eigentlich auch auf dem, ja, auf dem Weg eigentlich schon zu Hause. Das heißt, in der Bewegung fühlst du dich zu Hause, eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Religiosität, eine gewisse Philosophie ist dir da auch wichtig, dass der Partner da bereitstellen kann. Ja, Mond im Steinbock ist natürlich ein sehr nüchterner, ein sehr realistischer Mond. Das heißt, da geht es nicht viel um Gefühl, da geht es auch nicht viel um Kindlichkeit. Da geht es um Klarheit, um Buchhaltung, um Vereinbarungen, um Abmachungen und eine klare Struktur. Struktur, Zuverlässigkeit und auch eine, ja, also dass man klar miteinander reden kann und dass man füreinander auch da ist, aber eben in einer nicht so romantischen Energie, was nicht heißt, dass da keine Liebe ist. Natürlich kann da auch Liebe da sein, aber ein Steinbocken-Mond wird sich wohl fühlen, eben mit Klarheit, mit jemandem, der dir nicht die Sterne vom Himmel holt, sondern der halt realistisch sagen kann, okay, quasi besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, könnte man da sagen. Ja, ein Wassermann-Mond will natürlich freundlichen Austausch. Da ist es auch wichtig, dass man sagt, okay, man hat vielleicht ähnliche Gedanken, man hat, man tickt, man tickt da gleich, also man hat auch eine amikale, eine freundschaftliche Ebene in der Beziehung, also nicht nur so das Erotische, sondern auch diese freundschaftliche Ebene und man möchte natürlich auch immer eine gewisse Zukunftsvision haben, einen gewissen Zukunftsplan haben, einen Weg sehen, wie es weitergehen kann, wie es nach vorne gehen kann und das ist da, denke ich, ganz, ganz wichtig, wenn man so einen Wassermann-Mond hat und natürlich auch eine gewisse Freiheit, also da kann man sich auch wohlfühlen, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht getrennte Wohnungen oder man pickt nicht immer zusammen, man hat seinen eigenen Freiraum, also ich denke, das ist dann im Wassermann-Mond sicher wichtig. Und letzten Endes der Fisch im Mond, naja, Fisch ist das Zeichen natürlich der Träume, des sich hingebens, des fließenlassens und beim Fisch ist es, ein Fisch im Mond ist es sicher wichtig, eben so, ja, einen Liebestraum fast zu leben, also das ist fast ein Ideal, ob man das so richtig hinkriegt, weiß ich gar nicht, weil man immer sich so nach dem idealen Idealbild sehen, nach der idealen Liebe vielleicht auch sehen, wo man auch dann ganz stark so, man kann eins sein mit dem Partner, so eine Verschmelzung ist das fast oder da sehnt man sich so nach einer Verschmelzung und man ist da natürlich auch ganz sensibel, wenn mal was unrund ist, wenn da irgendwas einmal aus der Bahn läuft, also da kann man auf jeden Fall, ja, da ist man auf jeden Fall sehr sensitiv, wenn es um den Fisch im Mond geht. Und das wäre eigentlich schon so die Reise durch den Tierkreis, also den Mond in den Zeichen. Wo steht denn dein Mond? Schaust dir einfach mal in deinem Horoskop an. Und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst, wo dein Mond steht, was du für Erfahrungen hast mit deinem Mond und nächstes Mal geht es wieder weiter mit Astrologie und Partnerschaft und da schauen wir uns dann weitere spannende Aspekte an. Ich wünsche dir eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz mit besten Grüßen, dein Oliver Arnie. Tschüss, bis nächstes Mal.